Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Herz, den Röfo-Podcast. Neue Erkenntnisse zur peripartalen Kardiomyopathie durch Magnetresonanztomographie des Herzens. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 9-2011. Das Ziel der vorliegenden Studie war die Evaluation eines umfassenden MR-tomographischen Untersuchungsprotokolls bei Patientinnen mit peripartaler Kardiomyopathie, kurz PPCM. Mithilfe des erweiterten Protokolls konnten entzündliche myokardiale Veränderungen nachgewiesen werden. Weiterhin ergaben sich wertvolle prognostische Hinweise. Die PPCM, also die Kardiomyopathie mit systolischem Herzversagen bei Schwangeren im letzten Trimenon oder bis 5 Monate nach Entbindung, hat ungeklärte Ursachen. Bei verschiedenen anderen Herzerkrankungen ist die kardiale MRT als Untersuchungsmethode für die Herzkammerfunktion und Gewebecharakterisierung zu diagnostischen und prognostischen Zwecken etabliert. In der PPCM-Diagnose hingegen wurde die MRT bisher nur vereinzelt eingesetzt. Dabei dienen Sinnesequenzen zur Auswertung der systolischen Funktion der linken Herzkammer und zur Erkennung fibrotischer oder nekrotischer Schädigungen wird die Kontrastmittelspäteinreicherung, kurz LGE, untersucht. Diane Renz von der Charité Universitätsmedizin Berlin und Kollegen verwendeten nun bei einem kleinen Patientinnen-Kollektiv erstmalig ein umfassendes MR-Protokoll. In dieser Studie wurde an 12 MRT-Untersuchungen des Herzens bei 6 Patientinnen mit PPCM eine retrospektive Analyse durchgeführt. 5 Untersuchungen stammten aus dem akuten Krankheitsstadium, 7 aus dem weiteren Krankheitsverlauf. Da die meisten Patientinnen initial kein auffälliges LGE zeigen, umfasste das Untersuchungsprotokoll zusätzlich die Bestimmung des frühen Kontrastmittelenhancements, kurz EGER, das als Indikator für myokardiale Hyperämie gilt. Weiterhin wurde zur Auffindung von Ödemen der T2-Quotient berechnet. Bei allen Patientinnen waren T2-Quotient und EGER initial erhöht, was auf entzündliche Prozesse hinweist. LGE wurde im akuten Stadium nicht nachgewiesen. Im späteren Krankheitsverlauf normalisierten sich T2-Quotient und EGER bei allen Patientinnen bis auf eine. Zwei Patientinnen zeigten LGE. Beide wiesen einen ungünstigen klinischen Verlauf auf. Fazit Die Autoren konnten zeigen, dass die vorgenommene Ausweitung des Untersuchungsprotokolls wertvolle Einsichten in die pathophysiologischen Mechanismen der PPCM gibt. Im akuten Krankheitsstadium konnten nicht nur eine Dysfunktion der linken Herzkammer, sondern auch entzündliche myokardiale Veränderungen nachgewiesen werden, die sich bei Erholung der systolischen Funktion zurückbildeten. In dem kleinen untersuchten Kollektiv war eine bleibende Erhöhung von T2-Quotient und EGER genauso wie LGE mit einem ungünstigen Krankheitsverlauf assoziiert. Künftige Studien sollten gewebecharakterisierende Parameter wie T2-Quotient und EGER einschließen, um die Pathophysiologie besser zu verstehen und Therapien umfassender beurteilen zu können. Künftige Studien